Hallo, Freunde der Baumhäuser, wir sind jetzt fast über den Wolken mit meinem Baumhaus in der Männer-WG. Und wir haben dabei der Kalle HD, den Jama und unseren neuen Gast. Die Lissi ist sie. Nein, der, der. Die Lissi ist sie. Nein, Lissi, Lissi ist männlich, ähm, ja, ich weiß, das kommt komisch. Ich heiße jetzt aber Lissi. Aber ich habe für Jama eine Überraschung gemacht. Ja! Ja, das heißt, wir müssen jetzt mal, nein, nicht so schnell nach unten. Okay, Jama, kommst du mit, kommst du mit. Jama ist hier. Kommst du hier rein, so, hier haben wir noch nichts, hier haben wir noch nichts. Oh, oh, ein schönes Nichts. Oh, guck dir das, man, auch diese, 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 diese weiche Kante hier oben. Komm mal her, komm mal her, hier. Da. Hier habe ich uns so ein kleines Wunschmal. Oh, mit so einem Aussicht. Ja, mit, mit Fensterbank so, ne, wo man sich mal so gemütlich drauf tun kann. Ja. Aber das ist noch nicht alles, das ist noch nicht alles. So, was soll ich jetzt noch machen? Oh, du kommst mal mit. Oh, ein Schlafzimmer. Ja, genau, Schlagzimmer hatte ich ja auch gebaut. Richtig. So ganz kleines, gemütliches. Und werfen sie da runter. Und Jama, komm mit, eine Etage tiefer. Eine Etage tiefer. Oh, hier ist so eine Art Bar, oder? Ja, das ist so eine Bar. Wie nennen wir die denn? Das weiß ich noch nicht, das kannst du dich dann aussuchen. Das ist deine Privatbar, ne? So, jetzt kommst du, kommst du mal noch weiter mit runter. So, hier habe ich dann so eine Art, äh. Andere Seite, anderes Ufer. Ähm, ähm, ja, Küche, ne? Und hier ist dann hier so der Essbereich, ne? Hier, hier Küchenzeile. Mit einer schönen Aussicht. Ja. Damit es auch abzieht. Genau. So, und dann haben wir hier unten, haben wir das Wohnzimmer oder der Eingangsbereich oder wie auch immer, ne? Wo ist das? Das Atrium. Ja. Irgendwie weg. Und wie gefällt dir das? Oh, das sieht fein aus und jetzt kann ich auch die hier wieder anmachen. Ja. Schön, ne? Ja. 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 So, das hat der Mietos Fein gebaut. Jetzt will ich erstmal gucken, wo ist denn unser Gast? Wo ist denn unser... Der, der, der springt in Redstone nach. Ich mache mit ihm gerade ein paar Spästchen. Der springt in Redstone nach. Ja. Das heißt, der sucht Aufmerksamkeit und Kali gibt sie mal noch. Wo ist denn? Weg, ich habe ihn entführt. Nein, sag mal, wo? Ja, ich habe ihn entführt. Da baue ich jetzt weiter am Haus, am Baumhaus hier. Ja, genau. Ich habe hier schon oben angefangen mit dem nächsten Stock. Willst du den wieder haben? Gib mir den wieder. Ein Dia. Metos? Du gibst mir jetzt einen Dia. Metos, der übernächste Stock ist... Kalle, sei ruhig. Ich habe dir gerade das wertvollste gegeben, was ich habe. Nein, du gibst mir gerade... Du gibst mir jetzt ein Dia. Nein, ich gebe dir kein Dia. Ich habe zu wenig. Ich habe dir gerade extra ein Dia ins Inventar gebracht. Wenn du immer... Wenn du das immer machst, dann nimm dich Kalle irgendwann als Lager. Du gibst mir jetzt ein Dia, dann kriegst du ihn wieder. So. Super. Geh unter die Brücke, kannst du gucken. Über sieben Brücken musst du gehen. Ha, 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 ha. Versteck dich mal nicht, ne? Jetzt hat er sich nochmal extra versteckt. Das heißt, jetzt musst du ihn töten und dann kriegst du vielleicht einen Diamant getrocknet. Lissi, Elie, ist klar. Lissi, Elie, es wäre schön, wenn du mal zu den Zuschauern Hallo sagst. Durften wir den nicht auch irgendwie James nennen, aber so ähnlich. Ja. Freunde von Miesos, Kalle und Jama. Hallo, James. James. Ist er denn Butler? Oder ich sage einfach... Oder ich sage Harry Herbert zu ihm. Herbert. Ante Herbert, weil Lissi... Sag mal her, ich will jetzt auch mal schauen, was hast du bei Jama denn gemacht? Das will ich jetzt auch mal schauen. Ich habe das ein bisschen eingerichtet, ja. Schick. Ja. Ja, hier ist noch harmlos. Oben ist schöner, finde ich. Habe ich schöner gemacht. Oh, Äpfel, nehme ich mir gleich mal mit. Nein, okay. Nein, nicht. Wie viele Äpfel hast du denn hier verteilt? Halleluja. Ich glaube gar nicht, wie viele Äpfel man hier kriegt, wenn man hier abbauen kann. Ja. Ich habe auch Strecke weiße Eichenholz. Also wenn du zufällig ein Haus aus Holz bauen willst... Was möchtest du, eine Sprite oder eine Cola? Ja, mal schauen. Nö. Halleluja gibt es hier nicht. Wie hieß denn dieses komische, wo das gemischt ist? Teil Halleluja. Gab es das nicht auch irgendwie... Ich sage immer, ich sage immer, hallo, mach mir noch. Hier habe ich, äh, ja, das ist so, so, das ist Wohnzimmer jetzt, ne. Da ist so, ähm... Hä, Breaking Bad, die gab, die lief doch vor Jahren schon. Da müssen wir mal gucken, was mal oben noch hier ist, übrigens. Du hast doch von Chemie gar keine Ahnung. Ja, mal Schlafzimmer, ne. Hier so, so, mit kleinen, äh... Schau, ja, mal oben, dann sind abbauen. Regal, auch immer. Guck mal, ne, Lizzy, ihr schaut lieber Netflix, ja. Netflix, äh, Netflix, äh, so. Du, mit Lizzy. So, ähm. Hier geht's noch hoch, okay. Lizzy, Lizzy. Ja, aber da ist noch nix, da ist noch nix. Ja, Medos, also das ist ja meine, da hättest du aber auch mal einräumen können, oh. Genau. Mensch, 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 Mensch. Nein, ähm, Lizzy, Lizzy, äh, wie sieht's aus? Hast du Bock, mit mir das hier einzurichten? Ja, war gut. Hast du noch eh, was wir hier einsetzen können? Brauchst du zufällig Eichenholz, Karne, weil ich hab's dreckweise. Oh, ja, ihr habt so viel, aber guck mal, ich hab keinen Inventarplatz mehr. Mal, lügen, mal, lügen, mal, lügen. Ich auch nicht. Toll. Also, Material ist unten in der Truhe, ne? Äh, also vor, äh, vor dem Haus. Äh, hast du denn da eine Idee? Dankeschön. Wer kann denn nicht einsammeln? Es hier ist Küche, Küche gibt's schon. Ja, ja. Bar gibt's, okay. Ja, wir haben eine Küche, wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Wohnzimmer. Echt? Schlafzimmer? James, merkt er ja, wo alles ist. Ich will nicht lange warten, wenn ich was will. Lissi, dann, dann helfe ich dir mal. Wir brauchen noch ein Badezimmer. Genau. Ne? Machen wir das da, wo ich gerade baue? Oder nein, der Jammer, der Jammer will das als übernächsten Stock haben, weil dann hat er das Badezimmer über den Wolken. Ernsthaft? Und was machen wir dann hier rein? Und dann singt da oben unter der Dusche immer, über den Wolken. Jammer. Was machen wir dann hier rein? Lass erst mal Kalle singen, das ist respektlos, wenn du nicht er singen lässt. Nein. Oh, ich krieg auch die... Da heißt es groß und wichtig erscheint. Jetzt krieg ich jetzt gleich die Orte. Selbstlich liefst du schon klein. Ernsthaft? Okay, ey. Mir geht jemand noch Benzin. Jammer, was willst du dann stattdessen runter? In der Luftabschichtsmaracke. In den Schwützen-Schwimm-Kaffee. Was, in den Schwützen-Schwimm-Kaffee? Ja, also eigentlich kocht jemand Kaffee in der Luftaufsicht. Jammer! Was willst du hier rein haben? Du richtest ein. Irgendwas, irgendwas, was du... Weil Badezimmer willst du hier nicht haben. Nee, was hab ich denn noch nicht? Also wir haben Küche, wir haben Schlafzimmer, wir haben... Wir haben eine Menge Holz. Was hältst du denn von so einer Art Gäste-Wohnung oder Zimmer? Gäste-Wohnung? Weil ich meine, der Raum wird größer als all die anderen. Ja. Ja, der räumig. Äh... Da könnte man ja so viele Gäste wie so eine Art Mini-Wohnung einbauen, dass die dann auch hier sich wie zu Hause fliegen können. Nee, ich weiß, was wir hier machen. Und man muss ja noch WLAN einrichten. Weißt du, was wir hier reinmachen, ist sie... Was? Wir machen hier eine Party-Image. Eine Stadt weiter gibt's auf dem Markt-WLAN. Ah, ja. Nee? Okay. Wir machen hier so ein paar Stehtische hin. Dann machen wir hier hinten, machen wir irgendwie so eine Tanzfläche, wo sie tanzen können. Dann müssen wir natürlich ein paar Baumstämme noch setzen. Das machen wir direkt. Kannst du in der Gastwohnung? Nein, keine Gastwohnung. Wir machen hier eine, ähm, Dings. Eine, einen Party-Raum. Nee, warum baut ihr da den Boden ab? Den baue ich nicht ab. Ich mache hier. Guck mal. Ja, aber warum machst du da alles draus aus? Sonst kann man doch da gar nicht mehr runtergucken. Nein, das soll die Tanzfläche sein. Ach so. Was hab ich bestellt? Einen Wecker wiedergestellt. Nee, den stelle ich nicht. Da ist immer gestellt. Ich muss den nur... Bei mir nicht. Bei mir beschweren sie sich, dass sie mit Lautsprechern hören. Das war nicht so gut. Bei mir in den Kommentaren jedes Mal, oh cool, das ist mein Wecker. Der muss in jeder Folge sein. Das ist kein Problem. Ich hab das Ding immer neben mir stehen. So, jetzt muss ich da unten erstmal das wieder wegholen. Warte, ich zieh die jetzt mal auf. Ich tu mal hier... Theoretisch könnt ihr ja das andere noch aufziehen. Dann könnt ihr das Ding sogar ticken. Das heißt, hier kommt dann so eine Tanzfläche. Da müssen wir dann... Ach Mist, warum lege ich mich denn ins Bett? Ihr liegt ja auch nicht in der Welt. Hier noch ein bisschen Licht. Gab's da nicht auch irgendeine Mod oder ein Plugin wenigstens, wo wir das machen, wenn ein OP oder wenn die meisten schlafen, weil ich finde ich sinnvoll. Hier ist Tanzfläche. Ja, ich werd mal Neon fragen, ob man das raufmachen kann, das Plugin. Oder Morte oder so. Jama? Ach, ihr seid... Ach, ihr habt... Entscheidet gerade, was ihr dort unten macht. Achso, was ist denn? Hast du noch Laub? Äh, nein, ich hab nie mit Schere abgebaut. Das ist ungünstig. So, wir machen aber hier... Aber ich kann gerne, wenn ihr ne Schere habt, baue ich damit ab und mach, gebt euch Laub. Äh, er steht gerade ungünstig. Habt ihr ne Schere? Ich geh jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen, äh, Schere fahren. Schere? Schere? Nein, ich hab keine... Oder? Nein, ich hab keine Schere. Ich hab nicht mal Eis, um eine Schere zu machen. Ne. Tut mir leid. Kalle, du Pfeife. So, wir machen das zu, dass wir hier so ein Flur zum Hochgehen haben. Kennst du diese Luftpumpen, die du... Wenn du campen gehst, du die Luftpaprassen und aufpustest? Ja. Warte mal. Manchmal, wenn ich Pfeife, mach ich so... Warte. So. Okay, jetzt... Manchmal hört sich das so ein bisschen an. Aber hier machen wir zu. So, äh... Zack. Machen wir... Warte mal. Das ist mal dieses Pfeifen, wenn du mit dem Fuß draufschitzt und dann wieder wegmachst. Machen wir am besten so einen doppelten Einen. Ach so, eine, ja. Also immer. So, und du... Du, 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 du... Du kannst mal, äh... Hast gehört. Ja, ich hab's gehört. Warte. Ich hab hier irgendwas, was ich neulich probiert hab, was auch ein interessantes Geräusch macht. Ne? So, dann... Machen wir mal gucken. Kalle! Du mehst doch total unbeirrt von den Geräuschen, die wir hier tun. Kalle! Ich bin, äh... Ich bin, ich bin, ich bin mit Lizzie beschäftigt. Der, der ist nicht so nervig wie ihr. Das find ich sehr angenehm. Dankeschön! Ja, komm, erzähl das mal, du. Ja, Kalle... Ich, ich hab... Kalle, ich, ich wollte gerade auf meinem Schreibtisch wühlen und dabei auch so ein bisschen rumsagen, was so drauf liegt. Äh, Dometro, wegen der Tür hätte ich dann, äh... Bin ich da meint, dass mir kein Schein glauben würde, wenn ich sagen würde, dass das Erste, was ich da weglegen müsste, mein Abbildzeugnis wär... Das hab ich nicht... JAMAaaaaa, Klappe! JAAAAN! 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 So, Lizzie, Izzie, bitte. Kalle ist Projekt. JAMA! Nein, das darf ich wieder nicht. Bitte weiter, JAMA, los! Nein, lass mal Lizzie sprechen, sonst versteh ich dir nicht. Okay. Das klingt so bescheuert. Ja, okay, jetzt sprich. Okay, jetzt. Das verstehe ich. Wegen der Tür vom Baumhaus hätte ich vielleicht ne, äh, Idee, und zwar könnte man da vielleicht Fichtenholz machen, weil das hat auch so ne stammähnliche, stammähnliches Design. Ich mein, wenn... Wenn Jawa's möchte, dass man das... Fichte, 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 Fichte. Oder Fichte, was ja, das war so... Haben wir Fichtenholz hier? Ja, der Männer, Ricky, haut meine Maus ab. Äh, Mithos? Nee, da müsstest du Fichtenholz irgendwo farmen. Da hinten haben wir keine Fichte. Schönerhaus. Wüsstest du jetzt, wo irgendwo sein kann? Äh, nein, da hinten, da ist doch, da ist doch, da ist doch... Da ist? Oder soll ich das nicht nehmen? Was, wo, da? Natürlich nicht. Nein, das nicht. Ja, das nicht, aber... Das nicht. Haben wir doch irgendwo Setzlinge oder Holz im Lager oder sowas? Äh, warte, ich komme gerade mal. Da müssen die Setzlinge ja auch herkommen. Mithos? Äh, Tropensetzling, Eichensetzling, Birkensetzling, nee, haben wir nicht im Lager vielleicht? Ja, ich schau mal. Äh, du weißt, wo das Lager ist? Ja, klar. Ja, guckst ja auch fleißig. Ja, von der Erdstaffel und dann... Du wärst auch doof, wenn du jetzt Nein gesagt hättest. Mithos? Mithos, weißt du, was ich gerade mache? Ich farme gerade Redstone. Oh. Warum? Ja, damit ich es vor seiner Nase verbrennen kann. Weißt du was, lass ich mich nicht mehr von beeindrucken, will ich nicht mehr. Nee, ich war es, aber ich farme gerade wirklich Redstone, also ohne es zu verbrennen. Der wäre ja das Schwachste, wenn ich es vorher verbrenne. Mit einer Glücksspitzhacke, mit einer Glücksspitzhacke. Das heißt, wir haben noch mehr, als eh rauskommt. Hehehe. Das heißt, wir können bald, weil wir haben ja, ich habe ja, ich habe dich ja mal gefragt, wegen Pisten und so weiter. Das heißt, wir können uns beide richtig austoben wieder bei mir. So. Dann machen wir hier das. Gekontignoriert. Danke. Äh, sorry, ich bin gerade so voll im Gedanken. Du bist gerade unwichtig, Kalle. Merke schon. Äh, hast du gemerkt? Ehrlich? Endlich mal, Kalle. Endlich mal gemerkt. Hat aber auch lange genug gedauert. Metas hätte dir das gar nicht zugetraut. Hier. Äh, Letzi, Letzi, die Birkentüren hast du noch nicht gemacht, ne? Kalle. Doch, die sind oben drin. Ja, Mann. Die sind oben drin. Wenn du wiederkommst, bringst du mir bitte eine neue Eisenachst und eine Schere mit. Danke. Du bist der Beste. Viel besser als dieser komische Metas. Ah, der hat sie schon gesetzt. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ich hab sie gar nicht gesehen. Also ich meine, das ist ja keine Kunst, ne? Ich muss nur einen Kieselstein von der Straße nehmen und weiß was Besseres. Aber trotzdem, kann man ja mal sagen. Also irgendwie bin ich in der Männer-WG fies zu Metas. Ich höre gerade nicht zu. lauter machen. Das ist echt übelst. Ich weiß gar nicht mehr, ob der überhaupt im Video zu hören ist. Äh, lautstärkere Anpassung. Später hörst du nur noch so, alle hörst du nur noch so, alle hörst du nur noch so. Okay. Äh, das war ein bisschen zu laut, glaube ich. Äh, Lissi, sag doch mal was. Äh, ja. Ich sag was. Okay. Hier haben sich jetzt die ganzen Bäume, äh, das ganze Laut, die ganzen Ecke hat sich abgebaut, weil ich hab, ich hab keine Ahnung. Ich hab die Sättlinge hinsetzt. Ich hab auch noch ein bisschen dazu. So. Was? Und hier gibt's auch noch was dazu, eine Lautstärke? Ja. Okay, auch noch lautstärke. Okay, Spaß. So, okay, das sollte reichen, hoffe ich. Ähm. Ich kann dir auch jede Minute den Weckerfuss und bis eine halbe Minute klingeln lassen. So, okay, aber ich würde sagen, wir kommen hier langsam mal zum Ende. Äh, ich weiß, was du gerade nicht mehr hast. Der Wecker hat noch nicht geklingelt. Achso, wir haben auch Eis, Leute, nicht haben. Aber hier ist kein Eis. Schere haben wir ja auch nicht. Aber wir machen weiter beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ich weiß nicht, ob ich hier hab. Mein Michael. Du hast den Knopf von Skyder. Ich werde sehr warm. Manamana. Jetzt hab ich wieder Lüge. Jetzt hab ich wieder diese Mama-Werbung da. Gut, dass wir alle durcheinander singen. Und schön, dass ich das diesmal aufgenommen habe. Ich hábe dich. Musik, ich weiß nicht, ist es halt mal. Ich weiß nein, meine connecting Leute. Ich weiß nicht, wenn ich heute Darling bin geholfen. Das schicksale ist es. Musik, 2020